Ich dachte erst mal, wer kommt da an. So, lauf. So, hier sollte man nicht nochmal reinfallen. Ich hab's auch dummerweise nicht ganz entschärft. Was natürlich mein Fehler ist. So, kommst du mal da weg. Oh. Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Monsters. Oder eher gesagt zurück zu Minecraft Monsters, denn mir ist mein PC abgeschmiert. Und zwar so, dass ich alles am Arsch hatte. Was so richtig schön war. Ähm. Ja. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nur, dass ich jede Menge Sachen davon nicht brauchen werde. Ich, ähm. Musste den dann komplett neu installieren. Und dann hat Minecraft auch nicht funktioniert, so wie ich es wollte. Deshalb gab es Opal Cobblestone. Äh. Granit, Cobblestone, nein, nein. Basalt. Ja, lass mal. Basalt lasse ich mal. Ähm. Das brauche ich auch nicht. Naja. Und ich musste dann eine Weile ein bisschen rumtüfteln. Und habe jetzt eine ganze Woche sozusagen nichts mehr gemacht. Hier dran. Allerdings weiß ich noch, wo ich aufgehört habe und was mein Ziel war für diese Aufnahmegeschichte. Die brauche ich auf jeden Fall. Ähm. Ein Basalt reicht, glaube ich. Ähm. Das kommt weg, das kommt weg. Stone. Lass mir jetzt mal. So. Ich wollte nämlich meine Turtle versetzen. Und zwar unter mein Haus, sodass die an ist, wenn ich da drinne bin. Und ich wollte die auf Diamantenebene versetzen. So viel weiß ich noch. Ich habe nämlich gerade noch das Video angeguckt, was ich so gemacht habe. Ähm. Ja. Wie gesagt. Ich habe so gut wie gar nichts gemacht in der Zeit. Ich habe meinen PC komplett neu installiert. Und, äh. Ja. Ich habe schulische Aufgaben gemacht. Und ich habe mir Assassin's Creed 4 gekauft. Und war da, äh, ein bisschen am Suchten, sodass... Da ist mein Bett gut. Ähm. Dass ich ja zur Aufnahme überhaupt nicht mehr, äh, gekommen bin. Was natürlich schade ist. Oh, tut mir leid. Ähm. Aber, ähm. Passiert mal. Und ich habe ja eine Menge vorproduziert. Also, wenn ihr das sehen wird, äh, werdet. Dann lasst euch sagen, es ist gerade, äh, ich glaube, die zehnte Black Ops-Folge online gegangen. Äh. So in etwa. Also, so stark habe ich da vorproduziert. Allerdings wird das nicht mehr lange so dauern, äh, nicht mehr lange so sein. Denn ich merke schon, wie es weniger wird mit den vorproduzierten Sachen. Deshalb muss ich mich mal wieder ranhalten. Und das tue ich jetzt auch. So. Hier. Ja, ich gucke erstmal hier oben, was hier noch hier ist. Hier ist noch so ein... Kristall brauche ich nicht. Ups. Was ist hier? Hier ist Kohle. Kohle. Ja, kann ich hin und wieder mal gebrauchen, glaube ich. Ist nicht schlecht, wenn ich das abbaue. Ähm. Vielleicht mal später für... Keine Ahnung für was. Ich könnte es auf jeden Fall gebrauchen. Iron. Kann ich auch dringend gebrauchen. Oder ist das überhaupt Iron? Kopf. Kupfer kann ich auch gut gebrauchen. Äh. Ist ja alles das gleiche, sind alles Erze. Und, äh. Ja. Erze kann man immer gut gebrauchen, wie gesagt. So. Ups. Ja. Was ich überhaupt machen wollte, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ein neues Schwert mir gemacht habe. In... Eine der letzten Folgen. Was schon ziemlich geil ist. Das Schwert zumindest. Ähm. Und, dass ich... Puh, was habe ich noch gemacht? Ich habe jetzt zum... Dummerweise nur den... Nur das Ende der... Letzten Session... Angesehen. Ich bin... Auf jeden Fall froh, dass da... Fraps und so weiter gute Arbeit getan hat. Und das Ganze gespeichert hat. Damit ich da keine Probleme habe. Das Ganze... Auszuwerten. Aber sonst... Was habe ich sonst gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wollte ich mir ein Jetpack bauen. Und ich wollte meine... Turtle halt in... Auf Diamanten... Ups... Ebene versetzen. Und ich glaube... Ich habe noch... Nein. Difficult Normal. Äh. Okay. Ich habe alles noch richtig an. Gut. Denn... Ich habe auch wieder... Zum Probieren... Bin ich in meine zweite Welt gegangen. Habe dann den Kreativ-Modus angeschaltet. Und so weiter. Oh... Das ist ja schön, was das Ding hier bringt. Regeneration. Ups... Hallo. Ah, bringt das dem Zombie. Keine Regeneration. Oh. Vielleicht... Keine so gute Idee. Egal. Hey. Passt doch auf. Oder ja gesagt. Ich sollte aufpassen. Ich glaube, das ist... Keine so gute Gegend hier. Oh... Ja. Überhaupt keine gute Gegend. Ausleuchten. Ähm. Na ja. Hier kommt keiner mehr dran. Gut. Ähm. Vielleicht soll ich den Bogen und das Ding vertauschen. Denn... Pfeiler habe ich so gut wie gar keine. So. Habe ich hier... Oh. Hier ist noch eine... Große Höhle. Oh mein Gott. Nein. 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 Boah. Scheiß-Zombie. Richtiger Scheiß-Zombie. Ähm. Da ist noch ein Creeper. Äh. Ja. Und wo komme ich jetzt wieder hier raus? Noch eine bessere Frage. Der Creeper ist unter mir. Und der Creeper hat sich in die Luft gesprengt. Und wo komme ich hier raus? Was für ein Schlamassel mal wieder. Was habe ich jetzt überhaupt hier gemacht? Hm. Oh. Über mir ist Zinn. Zinn kann ich dringend gut gebrauchen. So. Erstmal alles absichern. Da haben wir alles. Da haben wir alles. Da haben wir alles. Gut. Dann abbauen. Und Kohle. Kohle brauche ich nachher für ein paar andere Sachen. Glaube ich. Und danach pulle ich mich einfach wieder nach oben. Denn hier möchte ich nicht sehr lange bleiben. So. Zinn. Ist alles da. Das habe ich auch. Oh. Ich habe so gut wie keine Rüstung. Ja. Das ist ja natürlich super genial. Ich glaube. Ich muss hier hoch. Aua. Hallo. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Hier. Durch. Und wieder hier hoch. Gut. Jetzt bin ich zumindest auf dem Punkt, wo ich vorher war. Ja. Gut. Und wo bin ich hier rausgekommen? Hier bin ich rausgekommen. Gut. Dann baue ich hier einfach mal ein bisschen provisorisch zu. So. Dann kann auch keiner hier mehr entlang. Und buddel mich hier runter. In schlichten Strip-Mine-gerechten Gängen. So. Ähm. Ja. Was habe ich noch getan? Nicht sehr viel. Also ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Denn. Was mir da wieder das Fahren ist. Das war etwas doof. Oh. Ich habe mein. Meine Spitzhacke verloren. Jetzt kann ich die gute benutzen.